In diesem Video würde ich also gern zeigen, wie man diese Aufgabe 41 zum Ladewirkungsgrad in LTSpice simuliert oder berechnet. Ein kurzer Blick auf die Schaltung. Hier ist eine Spannungsquelle und über einen Widerstand lädt die einen Kondensator auf. Nämlich dann, wenn man diesen Schalter hier schließt und dann fließt erstmal viel Strom und dann wird es immer weniger Strom und am Anfang ist eben wenig Spannung drauf und dann immer mehr Spannung. Und irgendwann ist dieser Kondensator eben auf die gesamte Quellspannung aufgeladen. Und das, was jetzt hier gesucht ist bei dieser Aufgabe, ist, wie groß ist der Ladewirkungsgrad, also dieses Eta-Lade, das ist ein kleiner griechischer Buchstabe Eta. Und der ist hier gegeben oder definiert als, wie groß ist die Energie, die in diesem Kondensator gespeichert ist am Ende. Das ist das WC, also W für Work, geteilt durch die Energie oder die Arbeit, die diese Quelle erzeugt hat oder sozusagen zur Verfügung gestellt hat oder aus irgendwelchen anderen Energiequellen in elektrische Energie umgewandelt hat. So und diesen Ladewirkungsgrad, den kann man jetzt analytisch berechnen. Das ist auch nicht allzu schwierig und ich klicke mal hier kurz auf die Ergebniskontrolle und scrolle mal runter auf die Aufgabe 41. Und dann sieht man da, welches Ergebnis da rauskommt, nämlich ein Halb, also 50 Prozent. Und das heißt, wenn ich jetzt nochmal, wo finde ich denn hier diese Aufgabe wieder? Ladewirkungsgrad. Also, naja, egal im Prinzip wie groß, das ist eigentlich ein ganz spannendes Ergebnis, weil egal wie groß dieser Widerstand ist, egal wie groß dieser Kondensator ist, egal wie groß die Quellspannung ist, wenn ich einen Kondensator so auflade über einen Widerstand aus einer Spannungsquelle von Null auf die volle Quellspannung, dann ist der Ladewirkungsgrad immer 50 Prozent. Also die Quelle stellt eine Energie zur Verfügung und 50 Prozent von dieser Energie laden in den Kondensator. Und jetzt kann man sich fragen, na gut, wo gehen denn die anderen 50 Prozent hin? Naja, die bleiben in diesem Widerstand. Also die werden in diesem Widerstand in Wärme umgewandelt. Und genau das würde ich jetzt ganz gern mal versuchen in LTSpice zu simulieren. Dazu habe ich hier schon mal LTSpice im Hintergrund aufgemacht und klicke mal hier oben auf neues Schaltbild und baue jetzt erstmal diese Schaltung. Was wir dafür brauchen, ist natürlich erstmal eine Spannungsquelle. Die findet man hier bei Component und dann unter Voltage. Und dann packe ich die hier mal auf die linke Seite. Mit Escape komme ich da wieder aus diesem Modus raus. Jetzt brauchen wir einen Widerstand. Das ist hier das amerikanische Symbol für einen Widerstand. Mit STRG R auf der Tastatur kann man den drehen. Und ich drehe den mal dreimal, weil ich dann weiß, dass positiv zählender Strom nach rechts durch diesen Widerstand durchfließt. Und dann brauchen wir noch einen Kondensator. Den packe ich einfach hier hin. So, diesen Schalter, der da noch ist, den lasse ich jetzt einfach weg. Das ist ja, also man könnte jetzt hier noch einen Schalter reinbauen. Man findet unter SW hier, hätte ich gar nicht so weit scrollen sollen, findet man auch einen Switch. Aber da muss man noch sich überlegen, da braucht man nochmal eine Quelle, die den steuert. Und so ganz perfekt ist dieser Schalter nicht, weil eigentlich ist so ein Schalter nur ein schaltbarer Widerstand, der eben mal ganz klein ist und ganz groß. Also wir können auf diese Schalter-Funktionalität verzichten. Jetzt brauche ich als nächstes dieses Wire-Tool und verbinde das hier einfach mal alles miteinander im Sinne dieser Masche. Und was wir noch brauchen, ist ein Masse-Symbol. Das packe ich mal hier unten dran. Denn das, was hier gleich im Hintergrund stattfindet, ist eine Knotenspannungsanalyse zur Berechnung. Und die braucht eben einen Bezugsknoten, das ist dieser Masseknoten. So, jetzt haben wir alle Bauelemente verdrahtet, das ist das auch. Jetzt muss man den Bauelementen noch irgendwelche Werte geben und die nehme ich jetzt eben relativ random. Ich nehme hier mal 9 Volt und ich nehme mal hier irgendwie einfach, keine Ahnung, 10 Ohm. Und hier nehme ich mal irgendwie 100 Mikrofarad. Sind vielleicht relativ sinnvolle Werte, die man auch so in der Praxis hätte. Nur wenn ich das jetzt mit einem neuen Volt-Block und so mit einem Widerstand aufbaue. Aber das analytische Ergebnis, was da rauskam, sagt ja eigentlich vollkommen egal, was für Werte wir nehmen, sollte irgendwie immer 50 Prozent rauskommen. So, jetzt kann man auf dieses kleine Männchen hier klicken, Run. Und dann sollte die Simulation auch schon loslaufen. Und jetzt kann man hier eine Stoppzeit eintippen. Also wie lange soll diese Simulation laufen? Und also erstmal, was vielleicht was für eine Simulation wir jetzt machen. Wir wollen transient simulieren. Wir wollen die im Zeitbereich simulieren. Wie Strom und Spannung sich verhalten in dieser Schaltung in Abhängigkeit der Zeit, wie dieser Kondensator über diesen Widerstand hier aufgeladen wird. So, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja, wie lange muss ich hier simulieren? Und jetzt muss man wieder so ein bisschen elektrotechnisches a priori Wissen mitbringen. Also, ja, wir könnten jetzt als Stoppzeit irgendwie zwölf Jahre eintippen. Das ist wahrscheinlich nicht falsch. Also in zwölf Jahren wird dieser Kondensator auf jeden Fall aufgeladen sein. Aber es wäre natürlich eigentlich schlau, irgendwie eine Zeit zu wählen, also wo der schon gut aufgeladen ist. Aber die jetzt auch nicht viel, 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 viel länger ist, als dieser Ladevorgang eigentlich dauert. So, und jetzt noch ein bisschen die Frage, wie lange dauert denn dieser Ladevorgang? Ja, das hängt davon ab, wie groß dieser Widerstand ist und wie groß diese Kapazität ist. Also, desto größer der Kondensator, kann man sich vorstellen, desto länger wird das dauern, ihn aufzuladen. Desto größer der Widerstand ist, desto länger wird das auch dauern, ihn aufzuladen. Und, also jetzt kann man sich eben überlegen, was hat der Widerstand für eine Einheit, der hat Ohm, Ohm sind Volt pro Ampere. Was hat der Kondensator für eine Einheit, der hat Farad, Farad sind Coulomb pro Volt, das sind Ampersekunden pro Volt. Da steckt Sekunde drin. So, und wenn man jetzt eben Ampere Sekunde pro Volt hier hat und man will Sekunde haben, dann müssen wir irgendwie Ampere weg und Volt weg. Also wir müssen durch Ampere teilen mal Volt rechnen. Und dann kann man sich überlegen, dass wenn ich C mal R rechne, dass ich die Volt pro Ampere von hier und die Ampere Sekunden pro Volt, dass ich Ampere und Volt genau wegkürzen, dass da Sekunden überbleiben. Ich habe jetzt leider nicht mein Zeichentablet hier gehabt, sonst hätte ich das mal vielleicht irgendwie sinnvollerweise aufschreiben sollen. Aber kann man sich an der Stelle vorstellen. So, und das heißt also, wenn ich 10 mal 100 Mikrosekunden, also 10 Ohm mal 100 Mikrofarad rechne, kommen da 1000 Mikrosekunden raus. Das ist eine Millisekunde. Und eine Millisekunde ist so eine Zeitkonstante, wie lange das jetzt eben dauert. Und jetzt kann man sagen, so nach 10 Zeitkonstanten, nach 5 Zeitkonstanten ist das eigentlich dicke vorbei. Nach 10 auf jeden Fall. Also wenn ich ja als Stoppzeit 10 Millisekunden eintippe, dann sollte der Kondensator auf jeden Fall aufgeladen sein, aber auch jetzt noch nicht ewig. So, und was ich glaube ich noch anklicken muss, ist hier das Skip Initial Operating Point Solution, weil der Spice Solver soll sich vorher nicht überlegen, wie, also wir wollen einfach, was der, was der Endzustand ist schon, sondern, und mit dem anfangen, sondern wir wollen mit einem leeren Kondensator anfangen. Also einfach, der soll am Anfang leer sein. Das macht das hier unten, das Häkchen. Okay. Und das steht hier unten dran. Das ist dieses UIC. So, und jetzt können wir mal gucken, was hier passiert. Also wenn ich mir den Strom hier anschaue, ne, hier sieht man jetzt, der Strom zeigt nach rechts. Dann sollte da am Anfang eben viel Strom fließen und dann immer weniger und das ist auch genau der Fall. Und wenn ich mir jetzt hier die Spannung anschaue, dann sollte da am Anfang wenig Spannung sein und dann immer mehr Spannung. Und jetzt gebe ich mal diesem Knoten hier noch einen Namen, weil die Knoten hat jetzt LTSpice einfach durchnummeriert. Das ist der Knoten 1, das ist der Knoten 2, das kann man hier unten in der Ecke sehen, ne, Knoten 1, Knoten 2. Und ich nehme jetzt mal hier so ein Label und nenne mal die eine Spannung, die wir haben, UQ. Das ist die hier vorn über der Quelle und hier hinten nenne ich UC. Das ist die Spannung über dem Kondensator einfach, dass die feste Namen haben, dass man da oben das besser interpretieren kann, was da an dem Schaltbild dran steht. So, mit Escape kommt man wieder raus, wenn man die Space-Taste drückt in LTSpice, dann wird das schön zentriert und ordentlich gezoomt. Und jetzt lasse ich das einfach nochmal simulieren und also klicke hier nochmal drauf. Die Quellspannung, klar, die bleibt konstant bei den 9 Volt und die Spannung über dem Kondensator, die steigt eben auf diese Quellspannung an und der Strom fällt ab und geht gegen 0. Also Strom und Spannung haben wir jetzt schon mal berechnet und jetzt kann man hier in LTSpice irgendwie noch so ein paar nette Features benutzen. Also Strom und Spannung habe ich jetzt einfach hinbekommen, indem ich hier einfach so draufgeklickt habe, weil hier so eine Stromzange erscheint und hier erscheint so ein Spannungstastkopf. So, und jetzt gibt es ja noch so Tasten auf der Tastatur, die Umschalttaste, die Steuerungtaste und die Alttaste. Und wenn man, ich muss auch immer raten, das mal ausprobieren, also wenn man die Umschalttaste drückt und hier nochmal draufklickt, passiert offensichtlich nichts. Wenn man die Steuerungtaste drückt und hier draufklickt, passiert auch nichts. Also ich kann das löschen und hinzufügen. Aber wenn ich die Alttaste drücke, dann passiert was Spannendes. Dann kommt hier nämlich so ein Thermometer. Ja, und mit diesem Thermometer, das soll einem zeigen, hier, da kannst du Leistungen mit bestimmen, Leistungen mit ausrechnen, indem man nämlich einfach die Spannung über diesen Bauelement mal den Strom rechnet. So, und damit jetzt das Diagramm hier oben nicht so voll wird, mache ich mal noch ein zweites Diagramm auf, eine zweite Plot-Pane. Und drücke die Alttaste und schaue mir mal die Energie hier an. Die ist da oben mitzusehen. Dann schaue ich mir die Energie oder Leistung, also ehrlich gesagt, erst mal die Leistung hier an. Die ist da zu sehen. Und die Leistung der Quelle. So, die sind jetzt in verschiedenen Farben dargestellt. Also das ist das, was an dem Widerstand passiert. Das ist das, was an dem Kondensator passiert. Und das ist das, was an der Quelle passiert. Aber jetzt kann man das erst mal sich irgendwie so ein bisschen anschauen. Also die Leistung an der Quelle, diese Graue, die ist negativ. Warum ist die negativ? Ist so eine Definitionssache, weil da Leistung aus der Quelle rauskommt. Deswegen wird die negativ gezählt. Und dann haben wir hier Leistung an dem Widerstand und an dem Kondensator. Die sind beide positiv, weil da eben Leistung in die reingeht und dann in dem Widerstand eben Wärme umgesetzt wird, in dem Kondensator gespeichert wird, in dem elektrischen Feld. So, und naja, an dem, also, warum das jetzt so aussieht, wie das aussieht, ne? Mit hier fällt das so ab und hier steigt das irgendwie an und dann fällt das auch ab. Das hängt eben natürlich mit den exponentiellen Verläufen von Strom und Spannung hier unten zusammen. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt auf diesen Wirkungsgrad zurück auf die Aufgabenstellung? Wir brauchen jetzt die Energie in dem Kondensator. Wir brauchen die Energie von der Quelle. Was ist Energie? Wie hängt Energie mit Leistung zusammen? Naja, Energie ist die, das zeitliche Integral über die Leistung. Und dieses zeitliche Integral, das kriegt man in LTSpice auch hin, indem man jetzt wieder hier oben drauf klickt und auch wieder eine dieser drei Tasten drückt. Ich muss auch immer wieder überlegen. Ich probiere es jetzt auch einfach aus. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Internetseite und ein Cheat-Cheat, wo man sich das draufsteht, wo man sich das merken kann. Also, wenn ich hier oben jetzt mal drauf klicke mit der Umschalt-Taste, also so ganz normal ohne irgendeine Taste ist da so eine Hand. Wenn ich da drauf klicke, kommt hier ein Cursor. Dann kann ich, da ist ein Cursor hin und her fahren, der nützt mir jetzt aber nicht so viel. So, wenn ich die Umschalt-Taste drücke, passiert da auch nichts, komme ich auf den gleichen Cursor. Wenn ich die Steuerung-Taste drücke, dann passiert was Spannendes, nämlich dann kommt so ein Feld, was mir anzeigt. Also von 0 Sekunden bis 10 Millisekunden gibt es da im Mittel eine Leistung von 400 irgendwas Milliwatt und eben insgesamt ein zeitliches Integral über diese Leistung, das dann eben einer Energie entspricht von 4,056 Millijoule. So, das kopiere ich mir jetzt mal hier irgendwie kurz. Ja, und das war das, was an dem Widerstand passiert. Okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht so interessant. Wir brauchen das hier. Wir brauchen das, was an dem Kondensator passiert, das sind 4,049 Millijoule, das kopiere ich mal. Das ist das am Kondensator und nochmal Steuerungstaste gedrückt auf der Tastatur und festgehalten und hierauf gedrückt. Das ist das, was die Quelle bereitstellt. So, und jetzt nehme ich einfach einen Windows-Rechner, um diese zwei Zahlenwerte miteinander zu verheiraten und tippe mal, kopiere es mal rein. Also das war das von dem Kondensator und das teilen wir jetzt einfach durch das, was hier von dem, von der Quelle zur Verfügung gestellt wird. Durch und das. Ich glaube, das ist jetzt falsch, weil der Komma und Punkt, ja, weil Komma und Punkt hier irgendwie total durcheinander gehen. Also muss ich nochmal, komme ich da hier auch wieder zurück. Ach, dieser Windows-Rechner ist auch echt furchtbar. Also, ich mache das mal händisch. 4,049 geteilt durch 8,066. So, und dann kommen da eben 0,49999 raus. Also eben genau diese 50 Prozent. Und das sind genau die 50 Prozent, die wir vorher ja auch schon in der Ergebniskontrolle als Lösung dieser Aufgabe gesehen haben. Nämlich hier genau an dieser Stelle. So, und naja, weil das jetzt in dem LTSpice eben eine numerische Lösung ist, da wird eben in vielen kleinen, diskreten Zeitschritten simuliert. Und wir warten jetzt ja auch nicht wirklich ganz lange, bis dieser Ausgleichsvorgang abgeschlossen ist. Also so ein ganz bisschen fehlt da noch. Aber wenn man jetzt noch länger warten würde, dann hätte man noch mehr Zeitschritte. Die würden auch irgendwie einen Fehler machen. Also ich glaube, viel, viel besser wird es einfach nicht werden. Und das ist ja jetzt auch gar nicht so weit von 50 Prozent weg. Und auf diese Art und Weise kann man jetzt auf jeden Fall ziemlich schön und ziemlich einfach dieses Problem oder diese Fragestellung lösen in Etispice, wie groß der Ladewirkungsgrad in dieser Schaltung ist.